Und am 19. zum Review-Podcast, zum Auswärtsspiel von uns bei 3-0-4 Leverkusen. Das 2-1-Niederlage im Pokal, wir sind leider raus, haben das vorhin nicht erreicht. Ich habe sogar diesmal ein paar Notizen gemacht, weil es ist ja das Coole bei 2-0-4-Pokal, dass man da Zusammenfassungen hat, wo wirklich was drin ist. Du hast von der Sportschau, glaube ich, 9,5 Minuten Zusammenfassung, da ist wirklich was drin. Da kann man sich was notieren, nicht immer nur diese 3-Minuten-Zusammenfassungen, wo oft noch irgendwelche Sachen fehlen, deswegen kann man direkt mal ins Spiel reingehen. Förster, erste Minute, also davor, stimmt, Aufstellung. Bredlo, klar, logisch, Pokalkeeper und Kope ist auch noch angeschlagen. Wenn man sich das anguckt, wir haben gefühlt ohne nominellen Innenverteidiger gespielt. Philipps, Endo, Stenzel in Innenverteidigung. Also bei uns, was Innenverteidigung angeht, läuft halt mal richtig nicht. Dann Castro, ja, auch wieder okay, ist wieder dabei. Massimo wieder, fand ich gut, dass er gespielt hat. Also zu Leistungen komme ich später, aber Grund auf die Aufstellung. Mangala, Förster und dann vorne schön ein bisschen Pace. Mamakituka González und dann noch Didavi, genau. Und dann später komme ich auch noch darauf zu sprechen, waren die Einwechslungen, und fand ich auch noch ziemlich, ziemlich geil gelöst. Und ja, sehr, sehr cool einfach allgemein. Förster, erste Minute, direkt eine richtig gute Chance gehabt. Ich habe es ja gestreamt, meine Reaktion, ne. Vielen Dank schon mal da, nochmal für den Support, das war ja richtig geil. Ich glaube, 81, 82 Live-Zuschauer, so als Rekord. In dem Stream, keine Ahnung wie viel, Alter. Von 457 meine ich auf 486 gerade Hochabonnenten. Anders, also Streams bocken sich richtig hart, euch machen es auch Spaß, also alles perfekt. Gute Interaktion, nicht zu wenig, nicht zu viel, man kann genau perfekt mitschreiben und mitreden. Sehr geil. Hätte er machen können, der Förster. Das war jetzt keine riesen 100%ige oder sowas, aber kann man mit ein bisschen mehr Cleverness, ein bisschen mehr Technik auch mehr draus machen. Danach Chance Havertz, ein bisschen knapp am Tor vorbei. Ähm, danach kam die erste 100%ige, ich weiß nicht, wann das so war, 30. oder sowas, 100%ige meines Erachtens nach von Havertz. Schön über die Seite, es war wirklich FIFA-Tormäßig oder wäre FIFA-Tormäßig gewesen. Kommt über die Seite, spielt nach hinten scharf rein und dann steht der Havertz vor Bredlo, trifft den Ball nicht gescheit oder halt einfach kraftlos. Dann hält er an der Bredlo auch gut mit der Torwartgrätsche. Also da Glück gehabt. Dann hatten wir noch einen Abschluss mit Castro, der jetzt ja auch nicht wirklich, Gefahr ausgestrahlt, aber wir waren echt gut dabei, allgemein das ganze Spiel. Ich möchte ja meine Meinung ein bisschen nach hinten schieben, weil ich sonst die ganze Zeit durcheinander komme. Also zum allgemeinen Spiel, zu Leuten, also Spielern, meine Meinung. Und wir standen richtig schön auf Fuß drauf. Leverkusen hat auch nicht die beste Leistung gezeigt, die sie hätten zeigen können. Klar, aber wir haben sie auch absolut in Schach gehalten. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Erstmal über die Aufstellung und zweitens über, ja, einfach die Motivation, wie wir in dieses Spiel reingegangen sind. Weil ja schon, manche werden sagen, ja gut, Bonusspiel und bla bla bla. Wir haben da echt, die hatten Bock auf dieses Pokalspiel und das hat man gemerkt. Fans auch, richtig geil. Also wenn mal Stimmungen kamen oder wenn man halt Stimmungen mal gehört hat über den Fernseher, dann waren es wirklich nur, nur die VfB-Fans auswärts gegangen. Wie viele sind das offiziell sind? 2.600, 2.700, 2.800-Fans, irgendwie sowas. Aber richtig stark Mittwochabends, richtig geil. Weil dann kam Thar zur Halbzeit. Da muss man auch sagen, ne. Die haben gemerkt, klar, die haben auch ein paar Leute geschunden in ihrer Aufstellung. Hat gemerkt, ja, läuft nicht so geil, wir müssen da aufpassen. Und haben dann mal ihren absolut Nummer 1 Innenverteidiger reingepackt. Klar gab dann auch das erste Abseits-Tor von Alario. Das war ja relativ eindeutig, die Aktion da. Also Kopfball weiter und dann auf Havertz hat man auch schon so sehen können. Weil am Ende geht es nicht eindeutig riesengroß, 5 Meter Abseits. Aber für heutige Verhältnisse ist es eine klare Abseits-Situation. Davor noch, sehe ich gerade, setze ich González geil durch. Durchs Mittelfeld quasi schräg durch. Spielt noch auf Silas, der geht ab. Man sieht, er wusste nicht genau, soll ich jetzt abziehen? Das soll ich jetzt nochmal zurücklegen auf Förster, was auch möglich gewesen wäre. Hat er nicht gemacht, hat abgezogen, leer hat er getroffen. Auch schade, vielleicht mit Glück rutscht einer so rein. Habe auch gerade in der Sportschau erfahren, dass wir der einzige Klub waren. Also da hätte man sich auch so selber angucken können, aber so nicht auf dem Zettel. Der einzige Klub waren, dass wir auf jeden Fall der einzige Klub waren, der unterklassig war. Also vielleicht zu Leverkusen, also schlechter halt rein tabellarisch so gesehen als Leverkusen. Und jetzt halt auch bei uns nach der Niga gesehen waren, der auswärts ran musste. Klar, ist es normal ein Pokal, aber da muss ich auch sagen, warum gibt es nicht generell im Pokal das Recht, dass der tieferklassige Verein immer Heimrecht hat. Das verstehe ich nicht. Dazu kommt dann noch bei uns, dass wir sowieso nicht mit Glück gesegnet sind, was Heimspiele angeht. So vom Gefühl her haben wir seit Ewigkeiten kein Heimspiel gehabt im Pokal. Zumindest kein krass wichtiges. Oder halt mit irgendwelchen krass guten Gegnern. Das kam meistens immer auswärts. Und da wäre ich generell dafür, dass man sowas macht. Das ist einfach generell das schlechtere Team. Klar, bei selber Liga ist es ein bisschen schwerer zu handeln. Aber einfach das unterklassige Team immer zu Hause spielt. Ob es jetzt eine Unschuld gemacht hätte zu Leverkusen, darauf will ich gar nicht eingehen. Jetzt nicht irgendwie eine Ausrede in irgendeiner Form. Nur generell fände ich das cool, wenn es sowas geben würde, dass generell einfach alle immer schön die unterklassigen Klubs zu Hause spielen. Also da sehe ich auch nichts, was man dagegen irgendwie einwenden kann. Dann haben die eine höhere Chance. Generell ist immer eine höhere Chance bei Heimspiel da. Also warum nicht? Dann zweite Hälfte fängt an mit einem richtig geilen Sprint von Gonzalez. Junge auf vier Stärz abgegangen. Und dann am Ende kam Kieber gut raus. Spitzer Winkel. Schwer den zu machen. Hat er auch gehalten. Und, das habe ich ja vorhin auf Instagram gesehen, in Quelle von ESPN. Also irgendein spanischer Sender, glaube ich. Oder ist es englisch? Eins von beiden. Ja, eigentlich ja spanisch, glaube ich. Dass der anscheinend 38 kmh hatte bei dem Sprint gegen Thabo, sich durchgesetzt hat. Und der momentane Bundesliga-Rekord. Dann hat der Hakimi mit 36,52 kmh. Also hat er den auch nochmal richtig schön getoppt mit dem Sprint. Also das war schon stark. Und dann Abseits-Tor Alario. Das war relativ eindeutig. Das war erstmal Abseits. Danach hat er noch berührt. Das war diese Kurios-Szene, wo dann auf einmal Endo hinfällt. Aber dass das Tor nicht zählt, das war klar. Drittes Tor Abseits von Havertz. Das war auch Combat eindeutig. Und dann, ja. Niederkusen war in der zweiten Hälfte einen Ticken besser. Also nicht einen Ticken besser als wir, aber einen Ticken besser vielleicht zu ihrer eigenen ersten Hälfte. Und dann kam die Ecke rein, 1-0. Das war ein absolutes, das tut einem einfach weh bei so. Also er ist so extrem gut mit Leverkusen. Wie man gerade merkt, er hat noch in der zweiten Hälfte keine riesen Chancen. Außer halt die Abseits-Tore. Halten die so gut in Schach übers komplette Spiel lang. Haben die echt gut im Griff eigentlich. Und dann fängst du dir ein Tor dadurch, dass der Keeper halt irgendwie einen Bock schießt und sich das Ding gefühlt physikalisch unmöglich, aber er schlägt sich das Ding mit der Faust selber ins Tor ein. Klar, er kriegt unten Kontakt oder sowas, aber das Tor, klar, als VfB fängt gerne pfeift das Tor ab, aber das war korrekt so, dass man das nicht abgepfiffen hat. Fällt das zweite Tor, 2-0. Ebenso absolutes Rotztor. Also wirklich so definitiver Obermüll das Tor. Bredlo hält den an sich. Ist es ja richtig, den zur Seite raus, aber kriegt es nicht hundertprozentig hin, den gescheit zur Seite raus zu machen. Vielleicht kann man den auch sogar festhalten. Halt auch nochmal, Bredlo nicht hundertprozentig von der Schuld, ja, befreit, sage ich jetzt mal. Und dann kommt der Ball halt irgendwie auch so perfekt auf den drauf. Der reagiert ja gefühlt nicht mehr, der Alario. Springt ihn so vom Fuß dann ab, dass es eine absolute Bogenlampe gibt. Das sieht so aus, als würde er fünf Meter drüber gehen. Auf einmal senkt es sich hinten noch rein. Harberts macht es clever und verpisst sich ins Tor, damit er nicht wegen Absatz irgendwie rankommt und den Ball noch berührt. Also zwei absolute Mülltore, was das dann einfach noch, 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 noch schade macht. Ich weiß, man kann Schade nicht steigern, aber ich sage immer, wenn man schade macht. Dann kommt die Kischte direkt drauf. Ich dachte echt so nachher, habt ihr auch im Livestream gesehen oder könntet ihr auch im Livestream gesehen haben oder euch noch anschauen. Mir war klar, wir halten hier echt gut mit, aber wir müssen selber das 1-0 machen. Und sobald ich über Kussens das 1-0 macht, ist das Spiel vorbei. Das war so die ganze Zeit meine Meinung. Dann nach dem 2, weil wir nicht die Chance gesehen haben, dass wir irgendwie dann noch offensiv zurückkommen und das 1-1 machen gegen den Bundesligisten, gegen Platz 5 der Bundesliga aktuell. Und dann fällt sogar das 2-0, da war für mich das Spiel eigentlich komplett vorbei. Dann kam aber direkt geil rausgespielt, schöne Flanke, González. Siehlas, man nimmt einen richtig schönen, richtig schön ab und macht einen rein, richtig schöne Kiste. Allgemein kamen auch geile Wechsel noch. Der Mola kam rein, der hat am Anfang so ein bisschen holprig geschaltet, fand ich so zwei, drei Aktionen, aber am Ende war der echt solide. Ich glaube, Linksverteidiger hat er dann gespielt gehabt. Klimovic eine gute Einwechslung, den finde ich allgemein ganz cool. Zu dem kommen wir später noch. Der hatte ja auch seine Aktion in Heidenheim, wo er da kurz vor Schluss das Ding gegen Pfosten jagt. Der war auch nicht hundertprozentig einfach zu machen, aber da hätte man auch mal reinschieben können. Das war das 90. Minute-Ding in Heidenheim, da hätte man noch 3-2 gewonnen. Aber der gefällt mir auch von der Dynamik und von der Technik. Der hat einfach Bock, das argentinische Blut kann man ihm einfach nicht absprechen. Eckloff auch geiler Wechsel, der hat dann zugegebenermaßen, ich werde ja gerade so ein bisschen zu einem kleinen Hater von Clement erstmal, aber der hat er heute nicht gespielt und den habe ich ja auch schon gegen Pauli, deswegen habe ich den da gerade mit reingenommen, den habe ich auch schon gegen Pauli genannt. Förster, also der Eckloff hat in den 5 Minuten, die er gespielt hat, knapp oder ein bisschen mehr, wo es, waren es 12, irgendwie sowas, ich glaube zu 80. etwa kam, der war der besser als in den kompletten 80 Minuten davor Förster. Förster wieder komplett unauffällig, viele Fehler, dem kann ich mal eine Pause geben, der ist gefühlt auch überspielt, finde ich, der spielt ja eigentlich, gefühlt jedes Spielstamm hat er gespielt, oder ja, hat er gespielt bisher, dem kann ich auch locker mal eine Pause gönnen, locker, locker. Und das würde ich jetzt auch sehr, sehr gerne dagegen aussehen, dass der Förster nicht spielt. Und dann Abschluss vom 16er Klimovic auch, nicht knapp daneben, ist ein bisschen übertrieben positiv gewertet der Schuss, aber auch guter Schuss, auch mal von, das war es auch wieder so ein Ding, was ich beim VfB aber schon seit Jahrhunderten kritisiere, dass da keiner sich mal traut, einmal von außen mal ein bisschen weiter weg einfach abzuziehen. Es ist immer noch dieses Ball ins Tor tragen, was noch so oft da rauskommt. Und dann kam ein richtig geiler Spielzug, 92. Minute, nochmal eine Riesenchance. Ich weiß nicht, wer den Pass spielt, und dann Eckloff setzt sich durch, der Junge ist 17, sein erstes Profi, setzt sich da unten durch, zieht den Sprint an, aus vollem Sprint bringt er eine Sensationsflanke auf González, der kann natürlich nicht selber machen, legt ihn mit dem Kopf auch richtig geil ab, so gefühlt noch in halber Rückenlage, legt den richtig geil ab, dann kommt der Ball, dann muss eigentlich Klimovic, klar überhastet auch so ein bisschen, wahrscheinlich gerade komplett Adrenalinschub bekommen, dass er jetzt diese Riesenchance hat. Wenn er einfach kontrolliert da quasi hinrennt, und dann das Ding irgendwie ganz normal aus dem Stand wollen, aber geht halt da quasi so, fliegt das so Side-Fight-Zier-mäßig rein, dann ist das Ding auch dadurch schwer, sowieso schon Grund auf, nicht einfach zu nehmen das Ding, und dann geht er auch noch so komisch reinfliegend da rein, und jagt das Ding, er war ja auch nicht fünf Meter drüber, er war relativ knapp über die Latte drüber. Also das ist dann ein absolutes fehlende Matchglück, der Vergleich zu einem Heidenheim-Spiel, mit dem Auswärtsspiel, passt halt einfach zu der Situation, weil beides, oder vor allem die Szene hier, natürlich nicht 100% einfach, und den muss man machen, aber den kann man halt definitiv machen, und das ist so schade, weil wir uns halt zu 100%, jetzt kann ich auch zum Endfazit kommen, zu 100% dieses 2-2, dadurch die Verlängerung, und vielleicht noch die weitere Hoffnung auf eine Sensation 100%ig verdient hätten gestern. Das war eine überraschend gute Leistung, fand ich, ich hatte es damit nicht gerechnet, ich hätte eigentlich wirklich ganz plump gesagt, dass Leverkusen das Spiel einfach 2-0, 3-0 gewinnt, so bundesligamäßig, halt bundesligistmäßig, so kein besonderes Spiel, irgendwann fällt es 1-0, irgendwann fällt es 2-0, dann ist das Spiel vorbei, aber so war es nicht, wir hatten das Spiel eigentlich wirklich, das was der Matarazzo haben will, eine grundsätzliche Kontrolle, jetzt nicht 100% Ballbesitz und so Sachen, machen aber eine grundsätzliche Kontrolle, und die hatten wir. Wir haben echt stark gespielt, auch die Einzelspieler, Endo, richtig stark, Philips, richtig stark, Mangala, allgemein das Mittelfeld, Bombenleistung, Wamakitukan Gonzalez, die Sprints runtergezogen über die Seiten, die Einwächselspieler, echt Bombe, Eklov Klimovic vor allem, auch Mola, der ist ja auch völlig frisch rein, gefühlt noch kein Training gehabt, und hat auch so die Leistung gebracht. Einzige, der mir halt einfach negativ auffällt, ist Förster, auch Stenzel war jetzt nicht 100% nicht zufrieden mit, klar, Bredlow kann schon bei beiden Tore, beim ersten auf jeden Fall natürlich nicht, ist ja Eigentore, die kannst du nicht freireden, aber beim zweiten halt leider auch nicht, aber auf den kann ich nicht die Schuld schieben, davor hat er alles gemacht, was er machen muss, die Dinger gehalten, das bringt jetzt nichts, auf irgendeinem Keeper, oder auf irgendwelchen Einzelpersonen rumzuhacken, aber sonst war es von jedem, den ich da gesehen habe, wie gesagt, außer so ein paar Ausnahmen, so Stenzel, vielleicht ist der auch mittlerweile ein bisschen überspielt, finde ich, Förster genau dasselbe, bringt nicht mehr die Leistung, die sie mal gebracht haben, und halt Bredlow gleich spielte auch gefühlt nie, so die drei, aber sonst war wirklich Top, Top Leistung von den Jungs, absolut stolz auf diesen Auftritt gestern bei Bundesligisten, vielleicht liegen uns ja wirklich Bundesligisten mehr, weil dann haben wir jedes Mal diese absolute, quasi alles oder nichts, wir haben nichts zu verlieren, Einstellung drin, weil ich glaube, jetzt kann man halt dann sagen, mit so einer Leistung, so konzentriert, so abgekühlt, so gut gespielt, wir hätten es echt verdient gehabt, uns da einen Unschied mitzunehmen, klar, wir wären da weitergegangen und vielleicht hätten wir dann auch noch verloren gewonnen, völlig egal, aber wir hätten uns das 2-2 da kurz vor Schluss auch noch verdient, dass er auch noch nach dem 2-0 noch zurückkommt, das hätte ich noch weniger erwartet, als nach dem 1-0, als ich es nach dem 1-0 erwartet habe, noch weniger, als nach dem, noch weniger dann nach dem 2-0, hätte ich erwartet, dass dann überhaupt noch ein Tor fällt, dann noch zwei große Chancen danach waren aufs 2-2, also Wahnsinn, würde echt gerne ein von mir aus Ecklauf, Klimovic, wie auch immer, würde ich gerne gegen Aue sehen, aber jetzt kommt da das Ding, an sich, mit so einer Leistung, wenn du die Tag ein Tag ausbringst in der Liga, dann steigst du auf, fertig aus, dann steigst du auf, aber das ist halt das Problem jetzt, dass genau nach solchen Leistungen oft irgendwelche dummen Einbrüche kamen, und dann zu sagen kamen, wie ja, guck mal, wie geil wir gespielt haben, das packt das nächste Spiel auch locker, dann gewinnen wir da auch, ich hoffe, diese Einstellung bleibt einfach da, denn wir haben Vollgas gegeben, die hatten Bock auf das Spiel, das war fußballerisch eine gescheite Leistung, klar, Leverkusen hat nicht den besten Tag erwischt, natürlich nicht, wenn die besser spielen, sieht es natürlich anders aus, aber rein in dem Spiel gestern gemessen, waren wir absolut ebenwürdig, hätten uns die Verlängerung mehr als verdient gehabt, also richtig geiler Auftritt, und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es einfach gegen Aue auch so bleibt, mache dann natürlich noch die Preview zum Aue-Spiel, die ist jetzt eh tatsächlich auch mal gut lang geworden, hier die Review, aber es war vorhersehbar nach so einem Pokalabend, und vor allem nach so einem eigentlich echt positiven Pokalabend, wenn wir so spielen, dann gewinnen wir das, dann gewinnen wir viele Spiele in der zweiten Liga, aber man muss ja immer sagen, dass auch die Gegner anders eingestellt sind, gegen Pauli oder jetzt dann gegen Aue ist es noch was anderes, als wenn du auswärts bei Leverkusen spielst, da Underdog bist und nichts zu verlieren hast, deswegen bin ich immer sehr gespannt, wie Leistung gegen Aue aussehen wird, Mannschaft, mal gucken, wie viel da jetzt großartig verändert wird, ich hoffe zumindest mal, dass auf jeden Fall Förster eine Auszeit bekommt, wer auch immer dann da rein darf, Ecklauf, Klimovic, völlig wurscht, vielleicht darf ja auch der Mola direkt von Beginn anspielen, dann kannst du wieder Stänzel rausnehmen beispielsweise, je nachdem, wie er es halt wieder aufstellt, das war ja gefühlt jetzt jedes Spiel, bis er eine andere Aufstellung, was auch zeigt, er kann variabel, der Matarazzo, er hat Ahnung vom Fußball, hat coole Wechsel gemacht, Mola, Klimovic und Ecklauf, wir hatten sowieso eine unsagbar junge Truppe, ich glaube 22 Jahre im Schnitt, und dann kann man einfach nur mehr als zufrieden und stolz auf diesen Auftritt sein, gegen Leverkusen gestern, wie gesagt, das ist einfach nur schade, dass dann so zwei absolute Mülltore uns raushauen, absolute Dreckstore kassiert, oder uns halt selber reingehauen leider, was auch wieder dieses typische VfB-Bild ist, dann lieferst du so eine, vor dem Spiel gehen alle davon aus, das verlieren wir locker, dann spielen wir so geil, und dann ist dann doch die Intuition groß, weil wir uns die Dinger halt selber dumm einschenken, die zwei Tore halt einfach richtig dumm fallen für Leverkusen, und dann auf einmal doch was drin gewesen wäre, vor dem Spiel hätte wahrscheinlich jeder so ein knappes 2-1 unterschrieben, weil jeder im Gedanken war, ja komm, Leverkusen, keine Chance, das verlieren wir hier ganz locker, habe jetzt nicht viel Optimismus gesehen oder gelesen, aber dann nach so einem Spielverlauf, muss man echt sagen, dass es schade war, das ist halt das Krasse, nach so einem Spielverlauf muss man einfach sagen, dass es unfassbar schade war, dass wir uns hier auf jeden Fall, ja weiß ich, ob ein Weiterkommener behalten, eine weitere Chance in der Verlängerung beispielsweise, hätten wir uns definitiv verdient gehabt. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung, genauso wie ich auch mehr als zufrieden sein kann mit dem Stream gestern, das erste Mal mit dem, mit dem quasi, mit der Qualität, die es jetzt auch bleiben wird, vermutlich erstmal, mit Greenstream im Hintergrund, und die geile Webcam, die jetzt auf Full HD 1080p rausballert, schöne Grafiken und so weiter, das wird es erstmal bleiben und die nächste, danke erstmal dafür und Support, war echt ein geiler Stream gestern, hat sich gebockt, die nächste wird es jetzt halt, wegen vorliegungsfreier Zeit, beziehungsweise halt einfach Semesterferien, eine Klosung kommt noch, und es sind Semesterferien und in denen bin ich natürlich halt quasi richtig zu Hause und mache Ferienjob und so weiter, das heißt, da gibt es keine Live-Reaktion, da schaue ich das ja mit Family und Co zu Hause an, die nächste gibt es entweder am 15. März, außer jetzt in Wiesbaden, aber ich denke eher, dass ich dann noch zu Hause sein werde, weil an dem Tag gehört erst mein Ferienjob auf, das heißt, da können die tendenziell noch arbeiten, am 16. März geht es im zweiten Semester weiter, oder normalerweise weiter, wenn ich natürlich alles bestanden habe, das ist ja noch in der Schwebe, jetzt kommen irgendwann erst die Ergebnisse, sonst auf jeden Fall ganz sicher, am 21. März, das Aussitzspiel in Kiel ist es, glaube ich, habe ich vorhin mal geschaut, oder gestern auch schon im Stream geschaut, 21. März, da gibt es auf jeden Fall wieder frühestens, beziehungsweise normalerweise kommt da dann die nächste Live-Reaktion mit, könnt ihr euch den Stream anschauen, mit ähnlicher Qualität, was Ton, Bild, Grafik und so weiter angeht. Dann, das wurde jetzt tatsächlich mal ein relativ langer Podcast, aber war ja so zu erwarten, gab ja viel zu besprechen, dann schreibt mir eure Meinung zum Spiel rein, schaut gerne in den Stream rein und schreibt eure Meinung dazu rein, dann kommen jetzt morgen ja noch die PK, glaube ich, dann vom Aue-Spiel, das heißt, ich hatte eigentlich zuerst den Trailer, oder ich habe den Trailer schon quasi vorgeschnitten, bis halt auf den leeren Raum, wo die PK reinkommt, mit Schnipseln von dem Pauli-Spiel, was auch schon schwer war, weil da nicht viel Geiles drin war, aber den werde ich jetzt nochmal umändern, da wir jetzt dann halt überraschenderweise viele coole Parts rausnehmen können, aus dem Pokalspiel in Leverkusen, dann kommt da vermutlich noch ein bisschen was mit rein, dann kommt der Trailer morgen, Preview morgen früh wahrscheinlich noch schnell, oder was heißt schnell, halt noch bevor der Trailer kommt, dann gibt es wieder Samstagsspiel, Samstagabend, Sonntag irgendwann sowas, der Stadionvlog, und natürlich dann auch wieder der Review-Podcast, dann bedankt fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal.